Das Jahr 2023 ist beinahe um und schon wieder ist es Zeit, sich Websites anzugucken. Hier ist meine, die sieht im Grunde aus wie vorher, nur halt, dass jetzt die Hintergrundfarbe grau ist und Überschriften dunkelrot. Und nach wie vor eine ziemlich minimalistisch funktional gehaltene Website, immer noch mit diesem tollen Feature hier oben, immer zu sehen, wie es mir geht. Und natürlich meinen ganzen tollen Blogartikeln, die ich hier geschrieben habe. Ich kann ja mal hier einen öffnen, auch so schön mit Bildern und Kommentaren. Ja, das ist meine Seite. Die kennt natürlich jeder. Jetzt gucke ich mal, wie die anderen Websites, die ich hier unten empfehle, aussehen. Ich finde, das gehört sich so, dass man unter Freunden, Freundinnen und Kollegen immer auch mal die Arbeit anderer zeigt und empfiehlt oder irgendwie darauf eingeht. Achso, wo ich gerade dabei bin. Es gibt eine Neuerung auf meine Website. Ja, die Account-Funktion, aber die ist ja jetzt schon etwas älter. Ich meine den Datenschutzartikel, die Datenschutzerklärung, in der erklärt wird, was eigentlich mit den Daten passiert, die hier landen. Also wenn jemand zum Beispiel meine Website besucht, ob dann die Daten dieses Besuchers hier gespeichert werden, irgendwo verarbeitet werden und so weiter. Das soll man haben, sowas. Das findet zumindest jemand, der auch sowas mal gemacht hat. Schauen wir uns zuerst die Website LFF an. LFF1. Ich bin gar nicht angemeldet gerade. Warum ist Account hier? Ah. Mach ich doch das gleich mal. Ja, auch hier haben wir eine Anmelde-Funktion und kein Link wieder zur Startseite. Das ist jetzt eine kleine Kritik. Man muss also hier die URL ändern, um wieder zurückzukommen. Man hat hier eine Seite, bei der man den aktuellen Server-Status sehen kann. Das finde ich auch ganz nett. Also wir sehen jetzt, dass jetzt um 14.30 Uhr etwa seit über 8 Stunden der Server an ist. Der ist also nachts immer aus. Ja, Linux-Rechner mit einem Optagon von, ich glaube, 2008 oder so. Oder 2006. Ich bin mir nicht sicher. Den hatte ich auch ein paar Jahre als Server benutzt. Gutes Gerät. Mal gucken. Der Developer-Programmier-Entwickler-Stand. Den gibt es nicht. Da haben wir schon mal erstmal einen kleinen Fehler gefunden. Hm. Dann haben wir hier ein paar Projekte. Also die Projekte sind auf dieser Seite hier nicht nur wie bei mir in so einem Artikel. Ach ja, mir fällt gerade ein. Ich wurde letztens nach der mittleren Maustaste gefragt. Hier kann ich sie tatsächlich mal verwenden. Auf dem Touchpad hier. Also meine Projekte sind ja einfach in so einem statischen Dokument untereinander aufgelistet. Und hier sind die Projekte so in einer schönen Tabelle. Mit den Möglichkeiten hier sogar noch verschiedene Sachen anzuzeigen. Schön. Das finde ich sehr, sehr gut. Also das ist ja eine ähnliche Dynamik, wie das man auf meiner Seite die Blogartikel hier so automatisch geordnet hat. Projekte so zu ordnen finde ich eine sehr gute Idee. Würde ich gern auch mal einführen bei mir. Irgendwann oder bald. Wer weiß. Ja, also es ist natürlich etwas überingeniert worden, dass man hier eine Einstellungsmöglichkeit nur für diese kleine Liste hat. Aber ja, das ist eine schöne Spielerei und ist ja auch einigermaßen praktisch. Aber sehr schön finde ich die Werbung hier unten. Das gibt auch direkt einen sehr großen Pluspunkt, das hier auch auf Seiten verlinkt wird. Ich habe ja gerade gesagt, dass man das eigentlich so machen sollte, dass man auch auf andere verweist und nicht nur möchte, dass andere auf einen verweisen. Und ja, ich weiß, dass nur ich diesen Link sehe. Vermutlich. Hier haben wir ein paar Apps, zum Beispiel eine Chat-App. Komischerweise ist jeden Tag der Chatraum, den ich erstellt habe, wieder weg. Das liegt daran wahrscheinlich, dass beim Herunterfahren das irgendwie nicht gespeichert wird. Ah, haha. Das geht natürlich nicht. So, jetzt haben wir einen Chatraum erstellt und können hier mit dem Passwort beitreten und was reinschreiben. Und ich kann nochmal demonstrieren, dass diese Chat-App auch funktioniert. Ich öffne jetzt mal hier ein privates Fenster. Da ist natürlich ganz woanders auftaucht, egal. Schöne Fenstereinstellungen umsonst gewesen, naja. Und jetzt müsste sich der Chat bald öffnen. Tja, dumm gelaufen. Man muss angemeldet sein. Vermutlich hat das irgendwie damit zu tun. Socket. Ah, es wird hier ein Socket verwendet, den es nicht gibt. Upsala. So viel zu dieser Website. Aber ich finde sehr schön, dass das hier eine dynamische JavaScript-App ist. Also, das ist hier nicht Vanilla JavaScript, sondern das ist in einem Web-Framework entwickelt worden. Das ich natürlich auch ganz gut finde. Mal gucken, wie sieht dann der Quelltext aus hier von... Ja, hier oben haben wir so den State und verschiedene State-Modifikationen. Hier hat man dann die Komponenten, die verschiedenen Ansichten. Toll. So, das war die erste Seite. Kommen wir zur zweiten Seite. Die ist neu. Die habe ich noch nicht gezeigt bisher. Das ist die Seite Argo Tunnel Error. Und das liegt daran, dass diese Website auf einem Rechner gehostet ist, der ziemlich viel Energie verbraucht und leider deswegen gerade gar nicht an ist. Naja, aber guckt euch die Seite gerne an. Es ist eine nette kleine Seite, auch mit einem schicken programmierten Projekt drin. Mal gucken, geht denn diese Seite hier? Ja, diese Seite hier geht, denn sie ist auf meinem Server gehostet. Kleine Werbung am Rande. Also, wer eine Website haben möchte, die fast immer erreichbar ist, der kann die auf meinem Server kostenlos hosten. Und dann funktioniert das. Meistens. Also, es gibt manchmal leider so Minuten, wo meine Website einfach aus irgendeinem Grund nicht erreichbar ist. Aber das, finde ich, ist inzwischen viel seltener. Ja, das hier ist eine Seite von H4L4. Und es gibt hier noch keine Projekte auf der Website. Es gibt hier einen Verweis auf ein Scratch-Konto. Auch wieder sehr gut. Es gibt Verweise auf gute andere Websites. Und auf zum Beispiel Spiele, die andere Leute gemacht haben, die auch gut sind. Mir gefällt das minimalistische Design, der einfache Aufbau. Ähm, dass hier zweimal gezwinkert wird, ist jetzt etwas zu viel, finde ich. Und, mhm, dass dieser Kommentar hier als extra Zeit ist, das hätte ich jetzt auch nicht so gemacht. Aber, naja, nicht schlimm. Geht. Dann diese Seite hier. Die hat sich auch seit der letzten Vorstellung verändert. Ein schönes, elegantes Design. Schwarzer Hintergrund. Weiße Schrift. Schöner Regenbogen hier. Da fühle ich mich angesprochen. Ähm, schönes Logo. Auch das finde ich schick hier, dass man da so bunte Streifen drunter hat. Gute Idee. Links. Es bewegt sich nichts mehr. Ich erinnere mich, dass bei der letzten Variante der Website da noch die ganze Seite sich hoch und runter bewegt hat beim Raufzeigen. Das ist jetzt weg. Finde ich sehr gut. Also, ich würde sagen, bisher die schönste Website, von denen ich gezeigt habe. Also, selbst schöner als meine Website. Meine Website ist zwar sehr minimalistisch, aber ich habe jetzt hier nicht auf das Auge geachtet, sondern eher auf die, ähm, Informationsdichte. Und, das ist bei dieser Seite anders. Hier haben wir oben einen Header, einen Kopfbereich, der schön groß ist. Abstände, Farben, einfach schön. Toll. Blog-Artikel. Das wird jetzt den ein oder anderen aufregen. Es gibt nämlich Menschen, die mögen dieses Spiel Werwolf gar nicht. Ich kenne es nicht, aber vielleicht ist das ja wirklich schlecht. Weiß ich nicht. Wir haben hier lustige Sachen. Zum Beispiel Artikel. Äh, kleiner Kritikpunkt. Man kann nicht auf das Bild oder auf die Überschrift klicken, sondern muss hier unten auf Weiterlesen klicken. Das hätte ich jetzt nicht so gemacht. Dann, auch gut, äh, die Betitelung mit diesen beiden Schrägstrichen. Das finde ich auch ganz lustig. Also, das, das macht so Sinn. Könnte man sagen. Hier hat man dann Fotos im, im falschen Seitenformat. Aber, naja. Naja. Passiert. Ähm. Schöne Statistik. Autofreie Stadt, wie das aussehen könnte. Sehr schön hier. Die Straße mit den Fahrrädern und, und Blumentöpfen und so. Ja. Ja. Wobei man jetzt hier von der Straße nicht so viel sieht. Also, das könnte fast echt sein. Aber, naja. Gut. Ja, schön. Also, finde ich schick. Sinnvoll. Sehr sinnvolle Artikel auch. Ähm. Ähm. Auch das hier fand ich ganz schick. Alte Sachen sind auch noch drin. Das finde ich auch noch gut. Es gibt ja Menschen, die nehmen einfach alte Sachen raus oder wollen nicht, dass ich alte Sachen zeige. Aber, hier so alte Sachen, die noch vor fast einem Jahr passiert sind, die sind einfach noch drin. Man kann sie immer noch, immer noch sich angucken. Das finde ich gut. Dann haben wir hier noch verschiedene, äh, Projekte oder Unterseiten. Hier kann man raufklicken. Also, hier sieht man dann so ein paar S-Sachen. Finde ich auch sehr schön. Mit den ganzen Symbolbildern, dass man dann auch eine Vorstellung hat davon. Auch sehr gut. Also, soweit. Es sind ein paar Imperfektionen drin. Also, sowas hier. Aber, äh, ich, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit dieser Website. Also, ich, ähm, sollte die Website eigentlich sogar an Stelle 1 stellen hier. Das ist bisher meine Lieblingswebsite gewesen von allen. Ich finde sie sogar noch schöner als meine, habe ich ja schon gesagt. Aber, äh, es kommt ja nicht immer auf Schönheit nur an, sondern auch auf andere Dinge. Dann haben wir hier eine Website, die sowohl etwas schön als auch etwas sinnvoll ist. Hier haben wir ein schickes, selbstgemachtes Logo. Das ist die Jahresl-Wip-Seite. Ja, ich habe gefühlt zehnmal schon erwähnt, dass das hier weder ich mir, äh, dass ich mir das weder merken kann, noch dass ich das aussprechen kann. Aber, egal. Ähm, ja. Das ist ein, ein, ein schickes Wappen. Das hat wahrscheinlich auch irgendeine Bedeutung. Hier mit einem aktuellen Zustand sozusagen auch. Hier haben wir wieder unten eine Rubrik mit, äh, Werbung zu guten anderen Websites. Das finde ich auch sehr gut. Die Website ist sogar schon für 2024 abgesichert, obwohl wir das Jahr noch gar nicht erreicht haben. Das ist auch interessant. Die anderen Seiten sind nicht so stark ausgestaffelt. Ach ja, was ich vergessen habe zu erwähnen. Also, was ich auch sehr schön finde, an den anderen Websites, die ich bisher gezeigt habe, also fast alle, ist einmal hier die LFF-Website. Die ist auch bei GitHub. Ich sehe, ich sehe gar kein GitHub-Link hier. Hier vielleicht? Ne. Ah. Also, die ist auch auf GitHub. Und das gleiche gilt für, ähm, diese Website. Die ist auch bei GitHub. Mal gucken, kann ich hier das mal öffnen. Ja. So. Das ist eine schöne Transparenz. Das heißt also, wir haben nicht nur die Seite, die wir uns angucken können, sondern wir haben auch noch so den Quelltext davon und sehen, was wann geändert wurde und wie das aufgebaut ist und so weiter. Das finde ich sehr schön. Das gilt auch für diese Website. Die ist auch hier bei GitHub drin. Und, ach ja, jetzt ist es geladen. Etwas Sass, dass hier mein Projekt geforkt wurde, was auch immer das werden soll. Hä, ja. Aber ja, hier, hier ist dann auch der Quelltext davon. Ja, finde ich gut. Diese Website, wie gesagt, gehostet auf meinem Server auch und, ja, funktioniert. Gibt's denn hier irgendwas Kleines, was ich zeigen kann? Ja, hier, kleine Spielerei. Haha. Man kann hier das Design ändern. Das wird sich dann auch gemerkt. Da ist ein kleiner Bug drin, das ist umgekehrt immer. Aber, naja, nicht schlimm. Ein schöner YouTube-Kanal, den man bitte auch abonnieren soll, aber das ist jetzt unfair. Ich hab ja die anderen YouTube-Kanäle auch nicht gezeigt. Dann haben wir hier, diese Person hat keine Website mehr, leider, aber dafür einen YouTube-Kanal. Und vielleicht irgendwann wieder eine Website. Wer weiß. Könnte ja mal kommen. Dann kommen wir zu dieser schönen Website hier. Netterweise auf meinem MacBook geöffnet. Das passt zu dem Mac-Gerät hier. Hier haben wir auch zwei Projekte. Mit so einer Animation, wenn wir da rauf zeigen. Finde ich ganz nett. Was ich hier bei der Website vermisse, ist irgendwie ein Footer. Also wenn wir runterscrollen, dann ist da einfach nichts mehr drunter. Mal gucken, was gibt's denn hier für eine Besonderheit. Ach ja, ähm, was hab ich da gerade gelesen? Ein M1 MacBook Air, das leider nur einen einzigen externen Monitor unterstützt. Das ist schade. Also, na gut, jetzt mein MacBook, was ich hier hab, das unterstützt, glaub ich, auch nur einen externen Bildschirm. Aber es gibt auch Adapter. Es gibt so USB-Adapter, da kann man auch Bildschirme mit anschließen. Das könnte man mal probieren. Projekte, wir haben noch eine extra Projektseite. Ne, haben wir nicht. Oder? Doch. Ach so, das ist im Grunde das Gleiche auch wieder als so Liste. Schöner Code und so weiter. Website gibt's auch. Und, ja. Die Website finde ich auch ästhetisch sehr gut. Also, die kommt wahrscheinlich am Platz 2, was so die Ästhetik angeht. Da hat jemand sich viele Gedanken gemacht, wie das so schön aussieht und sich gut anfühlt. Nicht so toll hier, dass man hier Index-HTML drin hat. Im Link hier. Ähm, in irgendeinem Link war das drin. Ich glaub hier, ja. Ja, und, äh, weitere Inhalte wären natürlich schön. Also, wenn hier noch mehr kommen würde. Dann, mal sehen. Guck ich mir mal eine ganz andere Website an. Die hab ich bisher noch nicht vorgestellt. Kreativnotizen. Das find ich auch eine ganz nette Website. Da haben wir so nette, selbstgemachte Bilder. Mit Datum. Gute Vorsätze. Hahaha. Hahaha. Witzig. Witzig, witzig. Finde ich gut. Also, äh, auch schöne Website mit schönen Inhalten. Sehr kreativ, finde ich auch diese Website hier. Die nämlich nach einem Gerät, äh, gestaltet wurde, das ich habe. Das hab ich, dieses Gerät. Hahaha. Ähm. Und die ganze Website ist aufgebaut wie das User-Interface von diesem Gerät. Das find ich toll. Ja. Dann haben wir noch eine weitere Website, die auch gehostet wird auf meinem Server. Die komischerweise jetzt sehr lange lädt. Wer weiß warum. Ach so, ja, ich weiß warum das sehr lange lädt. Weil ich dummerweise IPv6 bei der Domain eingestellt hab. Und das wird leider nicht aktualisiert, deswegen muss man da immer für so ein Timeout warten. Das sollte ich mal umkonfigurieren. Da haben wir so schöne Bilder mit Leuten, die da an Hauseingängen rumstehen, die ich nicht benennen möchte. Ich find das Design ganz schick. Auch mit so Effekten, wenn man da draufklickt, haben wir hier so einen, so einen schönen Artikel. Mit WordPress wieder gemacht. Auch eine Seite, die mit WordPress gemacht ist, ist diese hier. Eine Buchholzer-Seite. Mit so schönen Effekten, so schöne Schrifteffekte hier bei unseren. Das betont so den Egoismus etwas. Der gesunde Egoismus natürlich. Und dann haben wir hier so verschiedene Artikel und tolle Bilder. Auch eine Datenschutzerklärung. Die vom Layout jetzt nicht so super schön ist, aber naja. Ja, das waren die Websites, die bei meiner Website verlinkt sind. Und ich würde mich freuen, wenn weitere Websites dazukommen. Kommt ja wahrscheinlich bald auch. Und wenn natürlich die Website vom Kiwi-König bald auch irgendwie rund um die Uhr gehostet wird. Oder zumindest tagsüber. Geht wahrscheinlich auch bald. Das Gerät ist ja schon da.